Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Altstadt. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 55 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1300 Euro pro Monat. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt. Mehr 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 Mehr